Heißt es hier von Zero to Hero für Martin Skowlinski und es ist nicht so weit. Martin Skowlinski führt hier das internationale Fade an hier vor dem Warnentgriff. Erwarti Ivansic, Arfumiliko, zum Ausfall, hier neuer zu Kreuzzi und Rundi 20. Das ist das finale der Rundi 20, 2022. Erwarti, das ist der erste Spiel, der Rundi 20. Ich möchte euch auch sehr sehen, hier vor Martin Skowlinski, Rundi 20.